Polska offiziell hat für mich mehr getan, als mein eigener Blutsbruder zum Beispiel. Dann lutsch ihn ein. Lutsch ihn ein, jetzt sehr saftig, Mann. What the hell? 33-jähriger Familienvater. Diese Polska ist eine, die ihn im Chat einfach nur viel schwendet und sagt, sie hat mehr getan als seine Brüder. Dann kann er das aufbrechen. Okay. Ich habe vor, ein Board zu kaufen, auf dem Board zu trainieren, Musik zu machen und Content zu machen. Und mit den Frauen, mit denen ich gerne reden würde und chillen würde, weil ich Frauen mag. Sehr. Wirklich. Also von ganzem Herzen. Also ihr ästhetisches Sein, wie sie aussehen, ihr Körper. Wunderschön. Das war's aber auch. So von ästhetischem Blick her, wie ein Bild. Was da drin ist und so, Bro, meistens. Aber sonst, geil. Fühl ich, feier ich. Bauchst du dir gleich ein. Bruderherz. Ähm. Ich habe keinen Lahloli hier. Wenn ich einen hätte, hätte ich ihn schon längst geraucht. Schon längst. Du hast keine Ahnung wie längst. Ich habe keinen keinen. Aber dem Mund schreit das auch gerne. Und jetzt, wenn ich mich nicht mehr so, ist das.